Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich! Bernhard, was willst du heute mit diesem Gummi ausgummeln? Dieser Gummi steht für die Tatsache, dass wenn wir in diesem berühmten Ja-Aber-Moment alles, was vor dem Aber gesagt wird, zum Beispiel, ich habe nachvollziehen, dass du das so siehst, ich sehe euren Aspekt, dass in dem Moment, in dem wir das Aber brauchen, alles, was vor dem Aber gesagt wurde, ausradiert wird, ausgegummelt. Ja, das hat etwas. Hast du da Tipp? Einfach nach dem ersten Satz einen Punkt machen und fängt neu an mit einer Frage oder auch mit einer Meinung. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. friedlich. Alleinergärte. Varentskalender Überrasch. Prinz.